Hallo und herzlich willkommen zurück bei Carpe Diem. Mein Name ist Marcel Clementi und es freut mich voll, dass wir heute gemeinsam Yoga machen. Heute Power Yoga, eine kraftvolle Einheit. Das Schöne am Yoga, es ist so abwechslungsreich, es gibt so viele Seiten, so viele verschiedene Yoga-Stile, sodass wirklich für jeden was dabei ist. Heute ist es eine sehr körperbetonte Praxis, also sehr kraftvoll, aber ich bin mir sicher, dass sie trotzdem jeder mitmachen kann und ich würde sagen, wir starten. Auf der Matte, öffne dafür mal die Beine nach links und rechts zum Mattenrand, also die Knie, berühren quasi die Seiten deiner Matte, die großen Zehen hinten berühren sich, kipp das Becken nach hinten und jetzt platziere die Ellbogen auf der Matte. Du kannst so die Hände zusammenbringen und dann schieb den Hintern nach hinten und dann spüren wir die Eröffnung im Brustmuskel, im Pektoralis und auch Innenseite von der Hüfte in den Adduktoren. Dann immer fünf tiefe Atemzüge, um mal kurz auf der Matte anzukommen, um loszulassen vom Alltag. Nochmal die Ruhe vor dem Sturm genießen, bevor der kraftvolle Flow startet. Nochmal tief einatmen, tue den Mund aus. Sehr gut, komm langsam hoch, setz dir auf die Fersen, also ganz normaler Fersensitz und dann öffne die Arme nach links und rechts und bewege sie nach vorne und hinten. So ein ganz sanftes Anreißen von den Faszien im Brustbereich. Machen wir dann noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt gehen die Arme hoch, dasselbe da, nach vorne und hinten. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Lass die Arme oben. Öffnen und schließt die Hände so schnell wie es geht, um die Handgelenke vorzubereiten für die 110 Liegestütze, die wir jetzt machen werden. So viele werden es nicht, keine Angst. Aber zwei, drei sind sicher dabei. Machen wir noch drei, zwei, eins und ausschütteln. Gut, wir haben im Anfangsbereich von dieser Videoserie in den Yoga Basics über den Stütz gesprochen. Bitte wirklich die Arme komplett durchstrecken, dass wir da das Maximale an Kraft herausholen. Wir steigen jetzt schon nach hinten in den Stütz. Die Finger gespreizt, die Zeigefinger nach vorne, Arme durchgestreckt. Stütz, Plank, schiefe Ebene, viele Bezeichnungen für eine Sache, viele verschiedene Ausführungen. In meinen Yoga-Stunden bitte einfach die Füße zusammen, vielleicht das Gewicht sogar ein bisschen auf die Zehenspitzen rollen, verlagern. Und die Schulter bildet eine Linie mit Ellbogen und Handgelenk. Glatt spüren wir da schon ein bisschen was im Bauch. Selbstständig noch den Hintern anspannen. Halten für fünf, vier, drei, zwei, eins. Mit der Einatmung, Gewicht nach vorne, mit der Ausatmung der versprochene Liegestütze, das Chaturanga. Mit Hilfe deiner Knie oder ohne Knie langsam nach unten. Die Ellbogen bleiben da nah bei dir. Als nächstes wärmen wir den unteren Rücken auf mit einer Kraftübung. Die Zehen auf die Matte, die Hände gehen nach hinten, die Handflächen nach unten. Mit der Einatmung hebt er mal die Brust. So weit wie es geht nach oben. Die Füße fest in die Matte drücken. Halten für fünf, vier, drei, bisserl höher noch mit der Brust, zwei, eins. Langsam wieder nach unten. Sehr gut. Jetzt die Arme links und rechts nach vorne, 90 Grad gebeugt. Man sagt auch Kaktusarme dazu. Mit der Einatmung hebt die Brust. Mit der Ausatmung wieder Richtung Matte, aber ohne abzulegen. Einatmen, wieder hoch. Ausatmen, wieder nach unten. Einatmen, hoch. Ausatmen, nach unten. Noch zweimal. Einatmen, hoch. Ausatmen, nach unten. Und ein letztes Mal hoch. Und wieder nach unten. Sehr gut. Die Hände gehen wieder neben die Brust. Drücken die nach hinten. Arme bleiben vorne. Aktive Chatspost. Und von da die Zehen aufstellen. Hintern nach hinten hoch herab. Schau noch. Gerne ein bisschen Bewegung in den Beinen, in der Hüfte. Die Oberschenkelrückseite ein bisschen auslockern. Lass die Arme durchgestreckt. Und schau nach hinten. Und dann bringen wir die Füße zusammen. Mit der Einatmung geht das rechte Bein weit nach oben. Mit der Ausatmung das Knie vor zur Brust. Die Schultern über die Handgelenke. Und wir halten da für fünf. Vier rauf mit dem Knie. Drei. Zwei. Eins. Und der kontrollierte Schritt nach vorne zwischen die Hände vor. Richtung rechter Daumen. Oberschenkel geht nach vorne. Knie über Fußgelenk. Mit der Einatmung. Arme hoch in den High Lunge. Kontrollieren nochmal. Geht der Oberschenkel nach vorne. Knie 90 Grad gebeugt. Einatmen hier. Mit der Ausatmung lehnen dich nach vorne. Wie wenn du was greifen würdest. So eine diagonale Spannung halten. Im rechten Bein halten. Für fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Einatmen. Arme gehen wieder hoch. Ausatmen. Öffne die Hüfte. Die Arme nach links und rechts. Krieger zwei. Ich drehe mich gerade schnell. Damit ich dir das besser zeigen kann. Also vorm Krieger zwei. Dreh jetzt den linken Fuß entlang der Ecke deiner Matte. So dass er zur Ecke schaut. Der Fuß. Das Knie geht in die selbe Richtung. Verlagere das Gewicht. Und der rechte Fuß geht auf die Ferse. Surface Lunge aus dieser Position. Entweder die Hände vor das Herz. Oder vielleicht auch auf die Matte. Es könnte jetzt sein, dass du sehr beweglich bist. Und der Hintern ist schon unten auf der Matte. Es könnte sein, dass das dein Surface Lunge ist. Das ist voll okay. Hauptsache du spürst da was in den Adduktoren. Everybody and everybody is different. Deswegen schauen die Asanas bei jedem anders aus. Wichtig ist nur, dass es an Sinn hat. Eine gute Wirkung. Und dass es Spaß macht. Von da wieder hoch. Krieger zwei. Sehr gut. Einatmen hier. Ausatmen. Beide Hände auf die Matte. Schritt zurück. Und dann machen wir zehn Liegestütze. Du kannst gern die Knie ablegen. Und Damen Liegestütze. Oder Chaturanga Liegestütze machen. Wenn wir das genderbefreit sagen. Also einfach mit Hilfe deiner Knie. Oder du machst normale Liegestütze. Ich zähle auch nicht mit. Also jeder in seinem Tempo. Und wenn heute nur einen Liegestütz machst. Oder nur zwei. Oder gar keinen. Und nur im Stütz haltest. Dann ist es auch voll okay. Hauptsache man gibt sein Bestes. Und man tut was für seinen Körper. Das habe ich nicht gezählt. Aber ich denke es waren zehn. Von da ist das Gewicht nach vorne. Und wieder ein Vinyasa. Also langsam nach unten. Die Ellbogen bei dir. In Bauchlage. Zehen auf die Matte. Einatmen. Kleine Kobra. Kobra. Oder aufschauender Hund. Und ausatmen. Herabschauender Hund. Linke Seite. Einatmen. Linkes Bein hoch. Ausatmen. Knie vor zur Brust. Halten. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und der Schritt nach vorne. Sollte der Schritt nicht klappen. Dann schnapp den Haxen. Und stell ihn einfach nach vorne. Knie über Fußgelenk. Einatmen. Arme hoch. Ausatmen. Hüfte ein bisschen tiefer. In deinem Highland. Du bist schon sehr aus der Puste. Ich hoffe, bei dir geht es noch. Diese Seite. Einatmen. Arme hoch. Ausatmen. Nach vorne lehnen. Halten. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Einatmen. Arme nach oben. Ausatmen. Hüfte drehen. Arme links und rechts. Krieger zwei. Kontrollieren, dass die Arme in Schulterhöhe sind. Nicht so hängen lassen, sondern wirklich weit auseinander. Und dann drehe deinen rechten Fuß zur Ecke der Matte. Beugt das Knie in die selbe Richtung. Surface Lunge. Je nachdem, wie tief du gehen magst. Schau aber, dass das Knie da schön in die selbe Richtung deiner Zehen schaut. Tief atmen. Die Schultern entspannen. Vielleicht sogar lächeln. Kurz nachhalten. Drei. Zwei. Eins. Langsam wieder Krieger zwei. Beide Hände auf die Matte. Schritt zurück. Und noch ein Vinyasa. Gewicht nach vorne. Ausatmen. Chaturanga. Kleine Cobra. Cobra. Oder aufschauender Hund. Ausatmen. Herabschauender Hund. Von dieser Position gibt es mehrere Möglichkeiten, am Hintern zu landen. Man kann entweder jetzt nach vorne steigen, linkes Bein vor, rechtes Bein vor und nach hinten setzen. Oder wer möchte, kann probieren, nach vorne zu springen. Mit Hilfe der Bauchmuskeln sanft zu landen. Und dann treffen wir uns auch im Sitzen. Ansonsten das ein bisschen üben. Keine Angst, wenn es beim ersten Mal ein bisschen ein Sturzflug ist. Das ist ganz normal. Und jetzt machen wir noch ganz schnell Bauchtraining oder Bauchübungen. Das heißt, du hast die Option, ob die Hände auf der Matte sind oder in der Luft. Auf jeden Fall sind die Beine in der Luft. Das ist keine Option. Und vielleicht sogar durchgestreckt. Das macht das Ganze noch anstrengender. Wer mehr will, streckt die Arme vor. Wer noch mehr will, streckt die Arme nach oben. Halten. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und jetzt die Beine auf und ab bewegen. Entschuldigung, wenn du jetzt gedacht hast, dass es schon vorbei ist. Ich wollte dich da jetzt nicht einlegen. Aber wir müssen einfach noch ein bisschen was tun für den Bauch. Der Sommer naht, als ich will. Jetzt im Frühling. Beste Zeit, um Gas zu geben. Halten für fünf, vier, drei, zwei, eins. Links, rechts noch. Letzte Übung versprochen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Sehr gut. Ich hoffe, du bist genauso aus der Puste wie ich. Ich hoffe, dir hat diese kurze, aber doch knackige Einheit gut gefallen. Lass es uns gerne wissen. Das KBDM-Team freut sich. Und auch ich freue mich über deine Nachrichten auf Instagram. Über das Teilen einer Story, wie du mit uns gemeinsam Yoga machst. Ich kann es nicht erwarten, euch live kennenzulernen bei einem Event. Und bis dahin verbleiben wir so und sehen uns wieder auf der Matte. Gut. Alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal und Namaste.